Pro Runde. Dann kriege ich einen Legendary Pet by Adopt Me von euch. Aber Khan, hast du denn auch diese Icons? Ich achte mal drauf. Falls ich das sehe, sage ich Bescheid. Ach, guckt mal einer an! Kurz einmal die Videoliste aufmachen und den Titel von diesem Video vorlesen. Ich habe geschummelt, oh mein Gott! Extrem geschummelt bei Hide and Seek im Wasserpark. Cool. Coole Sache, Harry! Coole Sache! Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Roblox aus Splash World. Einem Roblox-Wasserpark. Da waren wir auch schon mal, aber hier hat sich ein bisschen was getan, sehe ich gerade. Und folgendes. Wir werden heute ein Hide and Seek hier spielen. Mit Tom und Claudio, die sind auch dabei. Machen heute aber folgendes. Ich werde heute nur suchen. Drei Runden. Das ist ja ein ziemlich großer Wasserpark. Aber sieht man nicht die Namen oben? Wo? Also wenn ich Tom sehe, dann ist sie über seinem Kopf. Ja, ja, man sieht die Namen. Aber das ist ja so riesig. Wenn man dann einen gefunden hat, dann hat man halt einen gefunden. Ach so, du meinst, ach so das, ja. Vom Weiten, also sogar wenn ich bei mir rauszoome, dann erkennt man das ja kaum. Und kann ich überall hingehen oder wie ist das? Ja, also es ist überall erlaubt hier im Wasserpark. Wir machen folgendes. Drei Runden, ah, fünf Minuten. Ich werde euch die ganze Zeit suchen. Wenn ich jeweils einen von euch finde, pro Runde, dann kriege ich einen Legendary Pet by Adopt Me von euch. Ich muss nur einen pro Runde finden. Wenn ich beide finde, noch besser. Also wenn du einen findest, kriegst du von beiden einen. Aber in allen drei Runden muss ich einen finden. Okay. Und wenn du einen findest, kriegst du von der Person oder von beiden dann? Von beiden, von beiden. Guck mal, wenn ich euch in drei Runden jeweils einmal finde, dann kriege ich am Ende komplett ein Adopt Me Pet von jedem von euch. Also insgesamt kann ich nur zwei bekommen. Okay, dann versteckt euch mal und ich werde euch dann suchen. Fünf Minuten lang. Okay. Warte, der Freizeit war das aber riesig. Kam, bist du sicher? Ja, ich kenne mich ein bisschen aus hier. Dementsprechend, ich habe keine Ahnung, man. Auch wenn ich mich hier aussehe. Im Brookhaven kenne ich mich auch aus. Das ist halt einfach Glück. Ja, das stimmt. Ich würde fast schon sagen, ich bin fast versteckt, du, Tom. Ja, bei mir sieht es auch nicht so schlecht aus. Ich glaube, ich bleibe hier einfach. Ja, ich bin auch versteckt. Seid ihr beide versteckt? Ja. Also für euch zur Info, damit es transparent ist. Ich habe mir den Speed Pires geholt, damit laufe ich ein bisschen schneller. Ist das für euch in Ordnung? Weil es halt so groß ist. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ja, was denn? Bist du noch nicht versteckt? Ja, doch, ich war versteckt. Dann habe ich auf Toms Namen geklickt, dann bin ich zu ihm teleportiert. Ach, Claudio. Was machst du denn? Versuchst du hier zu schummeln? Nein, ich wollte nur gucken, ich habe auf seinen Namen geklickt. Wenn ich das merke, dass du dich teleportierst, ne? Kann man sich teleportieren? Ja, auf den Namen geklickt hast du ja anscheinend. Ja, aus Versehen. Aber ich wollte das gar nicht. Warte, ich gehe zurück zu meinem Versteck, das ist ein bisschen weit weg. Ja, achte darauf. Ohne Schummeln. Ja, ich weiß nicht, du kannst eigentlich schon suchen, weil ich bin gleich da. Aber Khan, hast du denn auch diese Icons? Meinst du hier Speed Shells und sowas? Nee, 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 weil ich sehe zum Beispiel ungefähr Claudios Location. Durch so einen Kreis mit seinem Gesicht. Ja, genau, das meine ich halt. Das habe ich eben gemeint. Wie meinst du das? Ich glaube, wenn wir ein bisschen, also ein 100, 200 Meter in der Nähe sind, dann. Ja, ich achte mal drauf, aber ich, ähm, warte mal. Seid ihr, was seid ihr? Seid ihr Bademeister oder so? Nö. Nö. Ich achte mal drauf. Falls ich das sehe, sage ich Bescheid. Okay, kann, wie ihr gesagt habt, vielleicht wenn ihr nah beieinander seid, kann das sein. Aber ich sehe es nicht. Seid ihr soweit? Ja, ich bin schon soweit. Fünf Minuten ab jetzt. Let's go. Wie gesagt, es reicht, wenn ich einen finde von euch. Ja, das stimmt. Boah, ey, das... Ich glaube, hier gab es ein Update, weil es hier riesig. Mhm. Es ist echt riesig hier. Boah, es gibt auch... Gibt es hier Wipeout? Ja. Wo bist du denn gerade auf der Map? Äh, ich bin jetzt... Am See bin ich. Ja, See ist eine gute Beschreibung. Mhm. Könnt ihr unter Wasser sein? Nö. Kann es sein, dass du in der Nähe vom Wasser bist? Ja, ich bin gerade beim Wasser, ja. Ja, ja, genau, genau. Danke, danke für den Tipp. Ja, aber ihr müsst dann auch im Versteck bleiben, ne? Ja, ich bleib hier. Ja. Aber hier gibt es ja Namen. Galaxy Gliders, Rainbow Racers, Lobster Lounge. Ist das die hier oder was? Boah, ne, ich kann jetzt nicht den ganzen See absuchen. Das wird mir zu viel. Ich glaube auch nicht, dass ihr euch hier versteckt habt, weil das wäre schon ziemlich fies. Also dürft ihr, aber es wäre schon ziemlich fies. Claudio, was würdest du sagen? Wie gut bist du versteckt? Nicht so gut eigentlich. Also eigentlich müsste man mich finden, sag ich ehrlich. Ich weiß halt nicht, wo Kahn jetzt ist. Er ist bestimmt jetzt gerade bei Mom von wo, ganz weit weg von mir. Warum hab ich die jetzt so krass Sprung gehabt die ganze Zeit? Mehr Jungfrauen! Ah, okay, jetzt sehe ich dich, Kahn. Hä, aber siehst du jetzt mein Icon zum Beispiel jetzt nicht? Nein, was für ein Icon? Wie sehe deinen Namen nicht? Ja, okay, nein, perfekt. Ja, okay, wenn du es nicht siehst, ist es perfekt, okay. Aber warte, du hast gesagt, dass ich... Aha, okay, dann war ich wohl anscheinend frei hier. Nein, nein, du bist nicht in meiner Nähe, aber ich sehe dich verwandt. Ja, du hast ein bisschen verraten, hast du dich jetzt schon. Ich habe gesagt, ich zoome aber auch komplett raus, das ist das Ding. Na gut, das kann sein, das würde ich jetzt nicht machen. Ja? Was, ja? Ja, ich sehe dich, du hüpfst, du bist gerade rumgehüpft, ja, du hüpfst wieder rum. Ja, okay, du bist safe irgendwo hier. Ja, ja, bleib mal bei dem Haus, ja, ja, genau, gehen wir ins Wasser, ja, ja. Ja, aber ich erkenne, ey, man erkennt einfach gar nichts. Ja, ja, genau, sehr gut, jetzt sichte ich dich nicht mehr. Wo bist du? Du bist safe hier. Ah, da! Ich sehe deine Beine! Ja, schöne Badehose! Hallo, Claudio! Ich dachte, du bist schon weit weg, dass ich den Trick 17 mache. Ja, ja. Das sage ich, ich habe den Trick gesehen, aber nicht. Okay, Claudio habe ich gefunden. Ich kann ja vielleicht noch Tom finden, aber ich habe keine Ahnung. Und du hast jetzt mein Profil nicht gesehen. Was für ein, ey, was für ein Profil? Meinst du da rechts, wenn man da rechts dieses rausklickt, was meinst du? Nee, nee, okay, ist gut, ist gut, ist gut, weil ich sehe dich jetzt auch nicht. Bist du Bademeister oder so? Nein. Das ist aber komisch, weil, okay. Ich war Bademeister, aber ich habe auf Gast jetzt zurückgemacht. Wo bist du aber? Ich sehe dich nicht mehr. Lol. Vielleicht hier bei den Toiletten. Wie viel Zeit hast du noch? Eine Minute und 25 Sekunden. Aber er hat doch sowieso schon gewonnen, oder nicht? Mann. Ja, aber wenn ich zwei finde, ist es natürlich noch besser. Dann spare ich mir für, also ich muss dreimal insgesamt finden. Dann, wenn ich einmal nicht finde, dann so ein schönes Eis würde ich mir eigentlich mitnehmen wollen. So, Schokoladeneis mit Kirsche. Ich verstehe nicht, warum ich so eine krasse Sprungkraft auf einmal habe. Ach ja, schöne Sache, Harry. Da hinten ist diese Eiswelt. Ich schaue mal in der Eiswelt. Wieso? Ja, ich dachte, ich habe mich gut versteckt, aber... Alles gut, nicht schlimm. Und ich dachte, ich tricke es hinaus, weil ich so mit diesem, ja, ich bin jetzt weit weg von dir, aber anscheinend immer noch in der Nähe. Oh, wer ist das? Ach, das ist ein Pinguin. Ich dachte, ich habe Tom. Ach man. Ja, das wird schwierig. Hey, wo bist du gar nicht? Ich sehe dich halt einfach auch nicht mehr. Bist du hier im Whirlpool? Vielleicht. Hm. Ja, okay, Zeit ist um. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie du mich nicht gefunden hast, Kahn. Wie? Wo warst du? Ach so. Ja, komm, ich sag mal. Sag nicht am Anfang. Ich war bei den Meerjungfrauen. Ich stand hinter der Muschel. Du warst da ja in dieser Höhle drinne sogar. Nein, warst du in dieser Höhle? Ja, man erkennt da gar nichts. Das ist das Problem, weil es hier so hell ist. Ja, aber kannst du dich... Siehst du mich nicht? Ah, jetzt sehe ich dich. Ja, aber ich habe... Als ich hier reinkam, war ich die ganze Zeit unter Wasser. Ah, ja, gut, okay. Geh mal unter Wasser. Guck mal, wie hell. Ja, das stimmt. Gut, okay. Ja, gut versteckt. Gutes Versteckt, Tom. Gutes Versteckt. Claudio eigentlich auch, aber du hast dich ein bisschen verraten, muss ich sagen. Ja, ich lasse, ich trickst dich aus, aber das war zu viel. Okay, erste Runde, Punkt. Zweite Runde, versteckt euch. Äh. Dein Ernst? Nein, nein, bleib, bleib du hier. Ich gehe schon, alles gut. Ist schon okay. Wie lustig, aber wir beide haben einfach dasselbe gedacht. Okay, ich bin versteckt. Claudio, wie sieht es bei dir aus? Einen Moment noch. Ich gucke mal, wo ich hin kann. Ja, ich glaube, jetzt bin ich versteckt. Sehr gut. Ja, gut. Kannst los den Kahn. Okay, fünf Minuten wieder und los. Ja, ich komme sofort. Ich gehe kurz auf die Toilette. Brauchst du ein bisschen. Mach das. So, Tom, wo könntest du sein? Wo könnten wir sein? Habt ihr euch, warte, habt ihr euch zusammen versteckt? Nein, das habe ich nicht gesagt. Sicher? Nö. Das Problem ist, ich kann auch nicht allzu weit weg. Ich schaue mal hier einfach ein bisschen am Anfang. Vielleicht ist hier irgendwo was. Hier vielleicht. Ich weiß echt nicht, warum ich so heftig laufe. So heftig springe. Ha! Nein! No way. Hallo, Tom! Warum kannst du denn so hoch springen? Ich schwöre, ich weiß nicht. Ich war bei diesem Wipeout. Das ist irgendwie ein bisschen witzlos. Nein, ich war bei diesem Wipeout auf dem Trampolin und seitdem kann ich so hoch springen. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Ja, super. Ich setze mich mal gleich sonst zurück. Ey, das war so random gerade. Ich bin hochgesprungen und habe dich da gesehen. Let's go! Oh, hier ist ein Strandball. So, ich schaue mal jetzt da hinten. Ich glaube, Claudio hat sich da hinten irgendwo versteckt. Let's go! Claudio, bist du schon wieder da? Ja. Ich habe Tom gefunden. Ich wurde gefunden. Oh nein! Und das Lustige ist, Tom und ich hatten am Anfang dasselbe versteckt. Aber du bist nicht da. Nein, nein, ich bin da jetzt schon weg. Ich schaue mal am Strand, weil ich glaube, hier könntest du sein, Claudio. Also ich sage mal so, wo hast du ihn denn gefunden? Bei den Steinen? Beim Vulkan war er. Ja, genau. Nee, da bin ich nicht. Aber ich sage mal so, ich bin in der Nähe. Warum gibt es ihm denn auch noch Hinweise? Ja, als ob ich euch das glaube. Nee, ich sage gar nicht. So dumm bin ich dann auch nicht. Glaubst du? Warte mal, was ist mit dem Ball hier los? Warte, warte, warte. Claudio, bist du da? Nee, das ist ein springender Ball, meinst du wahrscheinlich, ne? Nee, nee, das bin ich nicht. Kannst lange suchen, mich findest du nicht. Ja, es ist schon sehr, sehr schwierig, hier jemanden zu finden. Also man guckt überall hin und versucht irgendwas zu finden. Ja, ist schon schwierig. Oder bist du wieder bei Wipeout? Claudio, sag doch was. Ja, was? Oder bist du vielleicht doch da beim Vulkan? Vulcano Volley. Ich habe noch eine Minute und zehn. Ich sage mal so, ich bin in der Nähe, ne? Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann. Ja, ja. Gut, ich schaue mal einfach hier ein bisschen. Komme ich denn nach da oben? Achso, ich kann auch einfach hochspringen. Ich streichle ein bisschen, Roche. Der ist gerade bei mir. Wuuuuh, und ich rutsche runter. Ja? Welche Rutsche denn? Die blaue. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Welche Rutsche bist du runtergerutscht? Die blaue? Ja. Aha. Vielleicht mal bei der gelben nachschauen kann. Die direkt daneben ist und wo ich dich sehe. Ja. Sich das zu merken ist jetzt einfach, Claudio. Darauf falle ich jetzt nicht rein. Wie viel Zeit hast du denn noch? Noch fünf Sekunden. Ja, komm mal zu Soarin Summit. Das ist direkt da, wo die Piraten sind. Okay. Sei ehrlich, warst du jetzt wirklich da? Bei der gelben und blauen Rutsche. Einfach nur nach oben. Bei Soarin Summit. Bei den Piraten jetzt oder nicht? Ja, doch, bei den Piraten da. Dieses kleine Piratenfeld da. Ja, ich bin beim Piratenschiff. Ja, warte, ich guck mal nach, ob das richtig ist. Ja, müsste das sein. Komm mal zur roten Rutsche. Siehst du die kleine rote Rutsche? Ja. Ah, da. Hier, ja, guck mal hier. Ah, okay. Gut. Ich war einfach in der Rutsche. Okay. Ah, ja, okay, gut ist versteckt. Gut ist versteckt, gut ist versteckt. Ja, danke, danke. So, dritte Runde. Ich muss jetzt wieder einen von euch finden. Das wird jetzt spannend. Ich hoffe, dann kriege ich ein schönes, zwei schöne neue Dot Me Pads. Zwei hast du ja schon, oder? Nein, ich muss alles gewinnen. Dann kriege ich erst die zwei Pads. Was heißt alles gewinnen? Also nicht pro Runde. Also musst du jetzt auch noch die letzte Runde gewinnen, dann kriegst du die erst. Ja. Egal, ich verstehe es nicht. Okay, ich gehe jetzt nochmal nach vorne. Ich glaube, ich habe es jetzt auch so verstanden wie du gerade. Ich muss jeweils pro Runde einfinden. Wenn ich das geschafft habe, kriege ich am Ende nur von jedem ein Pad. Okay, also nochmal reinschwitzen jetzt. Tom, guck mal, was ich mache, Tom. Ja. Siehst du mich hier, Tom? Ja. Guck mal hier. Also machst du dasselbe? Nein. Ja, ich bin versteckt, Han. Ich auch. Ja, ja, ich bin versteckt. Ich auch. Okay, letztlich. Ich auch. Fünf Minuten, du auch, Tom. Ab jetzt, let's go. Tom, mach doch dasselbe wie ich. Nee, nee. Wieso? Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Also hier habt ihr euch schon versteckt. Ich glaube, hier werdet ihr euch nicht nochmal verstecken. Am See wurde sich auch schon versteckt. Das heißt, ich suche jetzt ein bisschen weiter. Darf man? Egal, nein. Was denn? Nix, nix. Spielregeln sind klar. Ist nicht meine Schuld, wenn du das nicht besser formuliert hast. Hä, was meinst du denn? Darf man zweimal dasselbe versteckt nehmen? Ja, darf man, natürlich. Ja, okay. Und Tom, wie geht's dir? Bestens und dir? Auch gut. Nicht nur gut versteckt. Ich bin gut versteckt. Flamingo. Ich muss sagen, die Namen sind aber cool, so Flying Flamingo. Oh, die Rutschen sind aber richtig cool. Die hätte ich auch gerne irgendwo in echt. So diese obrangigen riesige Rutsche, ey. Wie cool sieht die denn aus? Ja, ich glaube, ich weiß, wo du bist, Claudio. Ich habe noch knapp drei Minuten Zeit. Jetzt hat die Frage, ob ihr auf den Rutschen seid oder im Wasser. Das ist jetzt die Frage. Das ist die Frage. Orange hast du gesagt, ne? Es gibt aber nicht nur eine orangenen Rutsche, glaube ich. Ja, aber die ist schon ziemlich groß hier. Oh. Das war nicht so clever dann von mir. Da, 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 da. Och Mann, das ist schon, ach, das ist schon wieder so ein Schwimmreifen, Mann. Ich habe noch knapp zweieinhalb Minuten. Ja, such mal, wo auch immer du bist. Da, 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 da. Ist hier jemand, hallo? Hä? Hey, ich stelle doch aus! Oh, wer ist das? Ach Tom, schade! Nee, ich habe das extra so gemacht, weil sonst ist es schon echt unfair. Ich habe da so eine Flamme gesehen. Ja, sonst ist es echt unfair. Let's go! Adopt me, Pets! Also ich stand ganz am Anfang komplett drin, aber ich dachte mir so, ja, du bist schon mehrmals an uns vorbeigelaufen. Warte, ich schaue mal in die anderen Bäume noch. Ja, schau mal. Ach, guck mal einer an! Ja, Tom. Tom, warum bist du nicht in den Baum reingegangen? Ich war in den Baum drin. Man hat halt nur diese Flamme gesehen. Oh, let's go! Sogar in der letzten Runde habe ich euch beide gefunden. Man hat halt nur diese Flamme gesehen. Und wie wird es jetzt? Hattest du noch keine Minute, oder? Ich hatte noch anderthalb Minuten. Also ich hätte nicht gedacht, aber ich muss schon sagen, so schlecht wie die Brookhaven-Hide and Seeks liefen, so gut lief heute das Splashworld-Hide and Seek. Wir haben ja wirklich gute Verstecke gehabt, so jeder von uns jeweils eine Runde immer. Ja. Kommt doch auf meinen privaten Adopt-Me-Server. Oh, Khan, komm mal her. Boah. Komm zu mir, Khan. Ja, trau mir. Oh, ich habe auch das Fußballstadion. Ach ja, du kriegst ja alles geschenkt. Du musst ja nicht wie andere Menschen 500 Robux ausgeben. Richtig. Tom. Ja. Weißt du, dass aus dieser Lure, dass man dieses Pad nur eine Chance hat von 0,01 Prozent? Nein. Ich habe es bekommen. Ich habe doch auch den Löwen bekommen. Nee, den hast du niemals. Doch, den Löwen hatte ich doch. Nein, den hast du nicht, Khan. Khan, guck mal, ich wollte dir das zeigen. Guck mal, hier ist was wieder an meiner Lurenbox, ein Pad. Weil das ist ja jetzt geschlossen. Hoffen wir mal, es wird der Loder an der Löwe wieder kommen. Ja, zeig mal. Ja. Nein, ich habe natürlich keinen Löwen. Ich wollte gerade sagen, das wäre schon zu krass. Ach so, guck mal, ich habe auch wieder viele. Guck mal, ich habe den Weißkopfseeadler. Aber habe ich dir ja schon geschenkt, Claudio, glaube ich, ne? Ja, ja, dem man für Robux kaufen muss. Ja, ja, genau, hast du geschenkt bekommen. Habe ich dir auch geschenkt, entspann dich mal. Ja, weiß nicht, ob du mir den geschenkt hast. Natürlich. Hier das Ballon einhorn und so. Boah, das ist cool. Okay, so. Ja, okay, ich überlege. Ja. Claudio? Ja, ich überlege gerade. Lass mich überlegen. Ein Legendary unserer Wahl. Ja, eurer Wahl, ja. Könnt ihr euch aus. Das Problem ist, du hast halt alle Pets, die ich jetzt habe. Ich glaube nicht. Ja, komm, Karn, ich habe eins für dich, da freust du dich drüber. Ich habe wirklich nicht mehr so krasse Legendary Pets. Du kannst mir auch ein krasses geben. Ich sage, ich habe nicht mehr so krasse, das ist das Problem. Weil ich habe nur noch so neue und die hast du alle Wartel. Lass mich überlegen, komm. Jetzt mach. Ja, lass mich doch überlegen, Mensch. Du magst doch ein Hai, oder? Weißt du was? Dann überleg mal. Ich mache mal mit Tom so lange. Aber du magst doch Haie. Ja, auch. Guck mal, Karn. Hier, extra für dich. Oh, da ist er wieder. Da ist der goldene Neondrache, den ich gesucht habe. Den ich Karn und Danja geschenkt habe, jeweils einmal. Ja, hab ich jetzt wieder zurück. Ja, und den V in Neon, den musste ich mir auch wieder zu Neon machen, Karn. Danke, den du verloren hast an den und Tom. Hättest du mal Tom gefragt. Warte mal, hab ich nicht schon einen goldenen Drachen? Ja, aber nicht den Neon. Okay. Karn, weißt du was? Kriegst das hier. Oh, Tom. Ja. Hi, Baby. Ich glaube, ich habe schon einen Hi, Baby. Was hast du denn nicht von mir? Das ist das Problem. Hi, Baby müsste ich schon haben, glaube ich. Du hast halt alles, Karn. Was hast du? Hast du den hier? Du kannst es auch mir geben. Oh, den würde ich gerne haben, ja. Ja, ist doch ein seltenes Pets. Wer das weggeben muss, ey. Immer muss ich meine Pets geben. Den würde ich gerne haben. So. Nach drei erfolgreichen Highland-Seag-Runden habe ich zwei Legendary-Pets bekommen. Tom, einmal den hier. Danke, Tom. Und einmal das untote Turnierpferd. Danke, Tom. Oh, sehr schön. Gerne, gerne. Tom, kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Ja. Kannst du bei uns einmal, es aber nicht im Bildschirm zeigen, kurz einmal die Videoliste aufmachen und den Titel von diesem Video vorlesen? Ich habe geschummelt, oh mein Gott. Extrem geschummelt bei Highland-Seag im Wasserpark. Cool. Coole Sache, Harry. Coole Sache. Er hat doch unsere Eikens gesehen. Natürlich habe ich eure Eikens gesehen. Und Tom, ich bin ein bisschen enttäuscht von dir. Ich habe das schon mal bei Dania durchgezogen oder abgezogen und du weißt das nicht? Habe ich das geschnitten? Das habe ich, glaube ich, selber geschnitten. So, aber... Tom weiß ich nicht. Damit sich das Video heute auch für euch gelohnt hat, ich will ja nicht so fies sein. Ich hatte meinen Spaß. Kriegt ihr natürlich auch ein Pad. Danke, danke für das Wolpertinger. Danke. Danke, brauche ich nicht. Warte, kommt zurück. Es war ein Spaß. Es war ein Spaß. Tom, weißt du, was ich mache? Ich hole meinen Handelslizenz raus und melde den Trade. Ja. Guck mal, was du kriegst, Tom. Wow. Was ist legendary? Ein goldenen Schildkäfer. Nice, danke schön. Du hast voll die krassen Pads. Wo hast du die alle her? Du hast einen Neon-Kryos-Swingst. Die habe ich nicht mal. Ich habe heftig viele Dobmi gezockt. So, Claudio, komm hier hin. Das soll ja nicht umsonst sein für euch. Ich hatte ja meinen Spaß. Guck mal, was du zurückbekommst. Nein, den habe ich schon in Neon. Komm, ähm, hast du vielleicht einen Zuckerwatten-Küken? Ja, habe ich. Ausgewachsen vielleicht? Ja. Ja, perfekt. Guck mal, dann habe ich wieder... Ja, danke, danke. Das ist das. Das ist das. Auch wenn ich schummel, bin ich trotzdem immer noch euer Held. Danke. Ja, genau, genau. Oder ein Held. Zeig mal bitte mal das Pad. Zeig mal bitte mal, Tom, das Pad, was ich dir geschenkt habe. Welches? Dein krassestes. Sagen wir es mal so. Äh, wo ist der? Ich glaube, ich habe den gar nicht mehr. Er hat den als Favoritengeschweichert, Tom. Jetzt, guck mal, Tom. Tom. Ja. Für dieses Pad kriegst du 18 Legendary Neon-Pads, Minimum. Ja, ist okay. So kann man das jetzt auch ausreicht jetzt langsam hier. Das ist jetzt keine Doppiestunde, Claudio. Na, okay, okay, okay. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Musik 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 Musik